Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video. Bitcoin tradet weiterhin um die 22.900 US-Dollar. Wir hatten nochmal ein kleines höheres Hoch. Der Short läuft immer noch, wie wir jetzt weiter vorgehen mit unserem Short. Was macht der Ethereum Short? All das werden wir auf jeden Fall im heutigen Update Video besprechen. Außerdem schauen wir natürlich an, wo liegt unsere Psy-Range? Was können wir gegebenenfalls erwarten? Das schauen wir uns jetzt an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinnt, wenn ihr auf Updates oder sonstiges Bock habt oder irgendwelche Fragen habt, gerne da dazukommen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Gut und damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten durch. Wir sind momentan auf dem 1-Stunden-Chart hier bei 22.900 US-Dollar unterwegs. Ihr seht schon, ich habe den Traders Reality Indikator angemacht, weil wir schon eine neue Psy-Range haben. Die befindet sich momentan zwischen 23.200 und 22.600, nachdem wir nochmal so einen minimalen Abverkauf hatten. Wir haben uns ja gestern noch deutlich nach oben bewegt, bis knapp 23.373 US-Dollar hier auf dem Bing-X-Chart. Stopping-Volume, wir haben das hoch nochmal abgegriffen mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Also endlich mal wirklich weniger Volumen, was wir hier vorliegen haben. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch der letzte Pump, klar, hatten wir hier noch so eine Volumen-Candle, aber davor gab es deutlich mehr, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ja, wir haben weiterhin unseren Short offen. Der bleibt auch noch offen, ich überlege sogar. Und jetzt, es ist extremes Risiko. Klar, ich habe gesagt, 23.4 Stop-Loss, momentan hält er. Vom Volumen her müssen wir uns den auch erst einmal nicht holen. Trotzdem überlege ich, den sogar noch auf 23.7 hochzustocken. Aber das Risk ist halt extrem, extrem hoch, ne, klar. Normalerweise heißt das, halte ich an deine TA und verfolgte Plan. Aber, da gehen wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Da haben wir ja gestern schon mal so einen kleinen Blick drauf geworfen. Wir machen den Indikator mal ganz kurz aus. Wir haben hier oben die Daily-Supply-Zone. Die Daily-Supply-Zone, das ist die, wo wir jetzt gestern angetestet haben und die geht bis 23.600 US-Dollar. Ineffizienz, gefüllt, gutes Zeichen. Konsolidierung, gutes Zeichen. Und, was auch wichtig ist, wir haben kein Höheres hochgekriegt. Wir hatten keinen Close über die 23.459 US-Dollar. Das wäre der erste Step. Beziehungsweise habe ich die letzten Tage immer gesagt, das wäre der erste Step. Grundsätzlich ja, Höheres hoch. Aber, zweiter Step, hier die 23.5 und der dritte Step, um wirklich bullish zu werden, sind die 25.2. Da ein Daily-Close drüber und ab die Rakete würde ich sagen, momentan haben wir es noch nicht geschafft. Das heißt, die Abwärtsstruktur ist auf jeden Fall noch in Gange auf den größeren Time-Films momentan. Und danach gilt es, wir haben ja gestern einen Wochenausblick drüber gesprochen, dass wir Montag bis Mittwoch eventuell steigende Kurse in den Stocks erwarten könnten. Das heißt S&P, Dow Jones und sowas. Und Bitcoin momentan einfach ein bisschen zu kämpfen hat. So, jetzt haben wir heute mit der heutigen Daily-Candle schon dieses Hoch hier abgegriffen. Sehen wir ganz gut. Die Liquidität hier drüber abgegriffen. Und da wird es jetzt halt interessant werden. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich habe jetzt mal das kleine FIP-Level gezogen, von unserem High zu unserem Low, wo wir jetzt momentan gebildet haben, mit eben unserer Psy-Range, die natürlich auch gilt. Das würde sehr, sehr gut passen, wenn wir hier noch die 23.100 US-Dollar knacken. Hier oben liegt das Golden Pocket. Diese Abwärtsbewegung. Wir hätten andererseits wieder diese drei Pushs in der Woche. Die hatten wir jetzt auch im Endeffekt. Und wir würden hier ein niedrigeres Hoch bilden. Das heißt, die Abwärtsstruktur wäre dann in Gange. Wir könnten hier oben nochmal, wie gesagt, das Golden Pocket eben testen. Wir könnten diesen Vektor hier nochmal füllen. Und dann Reise nach unten hin fortsetzen. Und ich habe ja gestern so gesagt, Leute, wenn wir bei 22k sind, beobachtet die Reaktion ganz genau. Weil hier wird sich entscheiden, mache ich den Trade einfach zu. Wenn euch das zu risky ist, macht das Ding einfach zu. Dann sind wir hier wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Das müssen wir auch dazu sagen. Es gibt viele da draußen, die absolutes gleiche Risiko und schon ausgestoppt sind. Wir hatten momentan noch Glück. Und ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Trade eventuell noch erfolgreich wird. Da ist extremes Risiko dabei. Deswegen werde ich gucken, wie ist die Reaktion bei 22k. Da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Wir hatten hier unser Rising Retro, wo wir erst nach unten hingebrochen sind. Dann eben diesen extremen Pump. Deswegen würde ich auch mal diese aufsteigende Linie hier in Betracht ziehen. Das liegt eben genau bei 22.000 US-Dollar, wo momentan unsere Entry ist. Und da dann genau gucken. Kriegen wir hier sofort eine Gegenreaktion, mache ich das Ding sofort zu. Und wir schauen einfach nach einem neuen Short-Entry. Dann sind wir hier, ich sage es nochmal, mit einem blauen Auge davongekommen. Ansonsten brechen wir hier durch Richtung 21,6. Ist hier unten, wo unser einerseits Pivot ist, andererseits diese letzten Hochs hier unten. Dort werde ich dann gegebenenfalls einerseits erstens Take Profit nehmen. Dann gegebenenfalls nochmal eine neue Long-Position, um nochmal einen Move mit nach oben hinzunehmen. Wir haben dann die Short noch offen bis 22k. Also würde es sich ganz gut anbieten. So als kleiner Hedge nochmal dazu. Aber ansonsten gilt es jetzt wirklich hier von Level zu Level zu schauen. Die Chance, dass wir hier noch runterkommen. Und da mache ich jetzt den Indikator nochmal aus. Wir gehen auf den 4-Stunden-Timeframe. Und da ist weiterhin die Chance, dass wir eben hier diesen 19, 18k einfach nochmal sehen, um dieses höhere Tief auch zu kriegen. Das ist nämlich das, wo ich einfach gerne hätte. Wir haben jetzt hier oben die Ineffizienzen von FTX, von jeglichem Mist die letzten Monate hier aufgelöst. Wir sind in die Supply gekommen. Jetzt eine Gegenreaktion nach unten wäre gut, um die Vektoren nach unten hin abzuholen, um einerseits auch die ganzen Ineffizienzen nach unten hindurch, sag ich mal, auch wieder aufzufüllen. Ein höheres Tief. Und dann können wir wirklich darüber sprechen, okay, wir brechen hier die 23,5. Wenn wir die 23,5 brechen, wird es wichtig hier oben die 25,2. Und wenn wir die 25,2 dann wirklich mal durchbrechen mit einem Daily Close, dann bin ich absolut auf Bullenseite. Ich werde hier unten wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen. Sollten wir uns hier unten ein bisschen stabilisieren. Aber ansonsten wäre das extrem, extrem Bullish. Aber das müssen wir jetzt im Laufe des Tages erstmal gucken, wie jetzt hier oben die Reaktion ist auf den kleineren Timeframes. Und dann schauen wir weiter. Wichtig jetzt mal das Golden Pocket hier im Auge zu behalten. So, wir hätten ja auch hier so ein kleines Head & Shoulders, aber danach würde ich jetzt nicht gehen. Wir gucken hier die Reaktion auf den Golden Pocket. Short, wie gesagt, lassen wir erstmal offen. 23,4, 23,7 oder 23,8 aufgrund eben auch des FIP-Levels, was wir dann hier oben haben. Müssen wir mal gucken. Aber das Risk ist extrem hoch. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen Risk Management den Weg. Überlegt euch, was ihr bereit seid zu verlieren für diesen Risky Short. Und der setzt ihr ein. Und die Strategie fahre ich jetzt auch erstmal weiter. Aber ansonsten für mich Korrektur eigentlich überfällig kurzfristig, um dann höher zu steigen. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Auch hier gestern noch gut davon gekommen. Also haben wir ja auch gestern, habe ich ja in der Telegram-Signalgruppe auch nochmal hier, Ethereum jetzt Stop-Loss, Hit nach TP1. Wir haben unseren Take Profit 1 noch gerade so erreicht. Und zwar, wir haben ja hier das höhere Hoch nochmal gebildet, hatten dann eine Bearish Divergence hier auf 1680, sind dann runtergegangen auf 1616. Und ich habe gesagt, gestern zwischen 1609 und 1620 den Take Profit 1. 1620 wurde gehittet, Take Profit 1 erreicht. Dann wurden wir auch, ja, so nach ein, zwei Stunden dann auch ausgestoppt. Ist dann auch gut. Wir haben wenigstens Take Profit 1 erreicht. Glück gehabt. Auch hier mit blauem Auge und sogar noch mit Profit rausgekommen. Dafür will ich mich jetzt auch nicht feiern oder sonstiges, weil das war einfach nur, ja, blaue Auge abhaken und jetzt neue Strategie abhanden gucken. Dann schauen wir uns auch hier mal ganz kurz das FIP-Level an. Wir haben hier einen Impuls circa bis ungefähr 1652, der möglich ist. Aufgrund Ineffizienz, aufgrund 4 Stunden Supply Zone, 1 Stunden Supply Zone. Also auch hier müssen wir dann mal gucken, ob wir gegebenenfalls nochmal einen engen Short aufmachen. Weil vom Volumen, seht ihr auch hier unten, kaum Volumen mehr hier. Dieses Hoch würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das abgreifen müssen. Sollten wir hier oben im Golden Pocket eine Short-Position eröffnen, würde ich das hier in diese Region setzen bei 1600, naja, was haben wir hier, 1660 rum. Dann hätten wir 1% Risk. Das ist dann schon wieder das Risk, was ich mir eigentlich so vorstelle. Aber an sich, wir müssen gucken, kommt hier eine Reaktion rein beim Golden Pocket. Dann hätten wir nämlich auch hier ein höheres, ein tieferes Hoch. Und dann könnten wir die Abwärtsstruktur nach unten hin fortsetzen. Ich sage jetzt mal, bis ungefähr 1560 wäre so hier dieses Level 1570. Um dann mal zu gucken, wie so die Reaktion ist. Ansonsten größere Korrektur. Momentan müssen wir jetzt auch von Tag zu Tag schauen. Ich möchte es hier prophezeien, wir gehen Safe-Runde zu 1400. Das stimmt nicht. Wir müssen jetzt wirklich von Tag zu Tag einfach mal hier ein bisschen schauen. Dann auch hier ganz kurz gucken, wo sind unsere ganzen Vektoren. Würde auch ganz gut passen. Hier eben mit diesen 1660, 1670. Psy-Range auch relativ groß, muss man schon dazu sagen. 1664 bis 1600 US-Dollar. Also eine riesige Psy-Range, die wir momentan haben. Deswegen, wir warten jetzt hier mal. Es würde aber gut passen. Sollten wir hier im Golden Pocket einen Trade eröffnen. Daily Open ist hier in der Nähe. Golden Pocket und das Psy-High wäre unter unserem Stop-Loss. Also einigermaßen gutes Zeichen. Das Setup werde ich jetzt auf jeden Fall mal überlegen. Die nächsten Stunden. Und ja, schauen wir uns erst mal ganz genau an. Aber ich würde jetzt versuchen, wieder ein bisschen humaner in die Trades auf jeden Fall reinzugehen. Und hoffen halt, dass BTC nicht ausgestoppt wird. Das ist jetzt so momentan noch das große Fragezeichen. Sobald das Ding echt Entry ist, Leute, vielleicht selber dann entscheiden, ob man den offen lässt. Ob man ihn zumacht. Aber ja, wir können froh sein, wenn wir da wie gesagt mit einem blauen Auge einfach davon kommen. Gut, das erwarten wir jetzt erstmal für den Sonntag. Vielleicht erst gegen Abend wahrscheinlich dann deutlich mehr bewegen. Muss man mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Und natürlich gerne kostenlose Talk und Signalgruppe reinschauen. Würde ich mich freuen, wenn mehr und mehr dazukommen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann morgen wieder zu einem Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.